Vor seinem Tod im Jahr 2008 war der angesehene Hollywood-Schauspieler Paul Newman jahrzehntelang mit seiner zweiten Frau Joanne Woodward verheiratet. Obwohl Paul in der Unterhaltungsbranche als ausgesprochen familienfreundliche Persönlichkeit galt, kursierten lange Zeit Gerüchte über eine bemerkenswerte, außereheliche Affäre mit der Schauspielerin Nancy Bacon, während er noch mit Joanne verheiratet war. Paul und Joanne lehnten es ab, zu diesen Gerüchten Stellung zu nehmen, solange Paul noch lebte. Jetzt, da Paul verstorben ist, will Joanne endlich diesen Gerüchten ein Ende setzen. Obwohl Paul Newman und Joanne Woodward fünf Jahrzehnte lang verheiratet waren, war ihre Ehe nicht immer eine perfekte Einheit. Tatsächlich war Paul, als er Joanne zum ersten Mal draf, noch mit seiner ersten Frau verheiratet. Viele vermuten, dass Paul und Joanne tatsächlich intim wurden, während Paul noch mit seiner ersten Frau Jackie Wood verheiratet war. Joanne und ihr verstorbener Ehemann haben jedoch immer beteuert, dass sie gewartet hatten, bis Paul geschieden war, bevor sie sich näher kamen. Paul Newman lernte seine erste Frau Jackie Wood 1949 kennen, kurz bevor er zu einem großen Hollywoodstar wurde. Während ihrer ziemlich kurzen Ehe hatten Paul und Jackie drei Kinder zusammen. Jackie unterstützte angeblich immer die Ambition ihres Mannes, ein Hollywoodstar zu werden. Diese Ambitionen teilten sich später im Jahrzehnt aus. Paul gab sein Leinwanddebüt 1954 in der Rolle des The Silver Chalice und wurde später dank seiner Hauptrolle in der Boxerbiografie Somebody Up There Likes Me von 1958 zum Star. Obwohl Jackie Wood sich über den Erfolg ihres Mannes freuen sollte, gab es eine Einschränkung. Während Paul in die Branche durchbrach, verliebte er sich auch langsam in die Midstar-Schauspielerin Joanne Woodward. Paul und Joanne trafen sich erstmals 1953. Das war, als sie beide in New York City an einer Broadway-Produktion namens Picknick arbeiteten. Joanne war anscheinend anfangs nicht beeindruckt von dem Schauspieler, obwohl Paul angeblich sofort von ihr angetan war. Das erste, was Paul an Joanne auffiel, war ihr unglaubliches Aussehen. Später erkannte er jedoch, dass die Schauspielerin zu viel mehr fähig war, als nur gut auszusehen. Was als Schwärmerei begonnen hatte, entwickelte sich schnell zu einer echten Bewunderung. Während Paul sich ernsthaft in Joanne verliebte, fühlte sich die Schauspielerin von seinen Reizen ebenfalls angezogen. Die Tatsache, dass Paul zu der Zeit verheiratet war, soll sich jedoch daran gehindert haben, während der Produktion des Stücks eine Beziehung einzugehen. Nachdem die Produktion von Picknick zu Ende war, gingen Paul und Joanne angeblich getrennte Wege, bevor sie sich ein paar Jahre später zufällig wieder trafen. Zu diesem Zeitpunkt erkannten sie, dass sie immer noch starke Gefühle füreinander hatten und sie nicht beiseite legen wollten. In dem Gefühl, die neue Liebe seines Lebens gefunden zu haben, überredete Paul seine erste Frau, sie scheiden zu lassen, damit er Joanne heiraten konnte. Nachdem sie sich 1957 wieder vereint hatten, heirateten Paul Newman und Joanne Woodward offiziell im Jahr 1958. Sie blieben fünf Jahrzehnte lang verheiratet, obwohl gemunkelt wurde, dass Paul Joanne in ihrer Ehe mehrmals untreu geworden sei. Trotz der Gerüchte behauptete der verstorbene Schauspieler bis zu seinem Tod beharrlich, dass er Joanne nie betrogen habe. Heute, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Tod ihres Mannes, muss sich Joanne immer noch mit Gerüchten über Pauls angebliche Untreue auseinandersetzen. Obwohl sie fünf Jahrzehnte lang erfolgreich verheiratet waren, galten viele Paul Newman und Joanne Woodward als ungewöhnliches Paar. Paul Newman war als Sexsymbol bekannt, das ein aufregendes Leben in der Überholspur führte, während Joanne eine viel zurückhaltende Persönlichkeit hatte, die auf den ersten Blick nicht ganz mit dem aufregenden Lebensstil ihres Ehemannes übereinzustimmen schien. Dennoch schien es, dass die beiden es schafften, ihre Beziehung zu meistern, auch wenn es Gerüchte gab, dass Paul ihr mit zahlreichen anderen Partnern untreu war. Paul Newman hat immer bestritten, dass er seine erste Frau Jackie Whit mit seiner zweiten Frau Joanne Woodward betrogen hat. Aber diese Gerüchte waren bei Weitem nicht die einzigen Gerüchte über Untreue, die der Star im Laufe seines Lebens kontinuierlich zurückweisen musste. Es wird behauptet, dass Paul Newman im Laufe seines Lebens außereheliche Beziehungen mit vielen verschiedenen Personen hatte, darunter sowohl Männer als auch Frauen. Einige der vielen Personen, mit denen Paul während seiner Ehe mit Joanne angeblich romantisch verwickelt war, sind Marilyn Monroe, Grace Kelly, Julie Garland und Marlon Brando. Vor ihrem Tod behauptete die Schauspielerin Shelley Winters, dass sie gleichzeitig Beziehungen mit Paul Newman und Marlon Brando hatte. Ein Teil von Pauls Image war seine saubere und anständige Art und es wäre verheerend für die Karriere des Stars gewesen, wenn die amerikanische Öffentlichkeit erfolgreich davon überzeugt worden wäre, dass er ein Ehebrecher ist. Glücklicherweise schien Pauls Fans ahnungslos zu bleiben, dass der Schauspieler seiner Frau untreu sein könnte. In einem denkwürdigen Interview wurde Paul gefragt, ob er jemals ein Auge auf anderen Frauen geworfen habe, wenn es um seine Frau ging. Paul behauptete, dass es für ihn keinen Grund gäbe, einen Hamburger zu holen, wenn er zu Hause ein Steak habe. Die Fans liebten diese Aussage und Paul blieb beliebt. Pauls Hamburger Spruch kam zurück, um ihn zu verfolgen, als Gerüchte aufkamen, dass er eine Affäre mit der Schauspielerin Nancy Bacon hatte. Die Glatschpresse behauptete, dass Paul vielleicht zu gut sei, um einen Hamburger zu holen, aber er sei nicht davor zurückgeschreckt, sich etwas Bacon zu holen. Von all den Vorwürfen der Untreue sind die Gerüchte, dass Paul eine Affäre mit Nancy Bacon hatte, die prominentesten. Der Legende nach waren die beiden über ein Jahr lang romantisch involviert und ihre Affäre schien offensichtlich ein schlechtgehütetes Geheimnis zu sein. Trotz der Gerüchte über Untreue, die den Schauspieler sein Leben lang verfolgten, schaffte es Paul, die Dinge mit seiner zweiten Frau, Joanne Woodward, bis zu seinem Tod im Jahr 2008 zum Laufen zu bringen. Es wird gesagt, dass Paul bis zu seinem Tod wahnsinnig in Joanne Woodward verliebt war und jedes Mal aufleuchtete, wenn sie in den Raum betrat. Über ein Jahrzehnt nach dem Tod ihres Ehemannes muss Joanne Woodward immer noch Gerüchte über die angebliche Affäre zwischen ihrem verstorbenen Ehemann und der Schauspielerin Nancy Bacon aushalten. Joanne besteht nach wie vor darauf, dass eine solche Affäre niemals stattgefunden hat. Der Legende nach trank Paul Newman während dieser Zeit stark. Das Trinken dürfte seine Untreue verschlimmert haben und das anschließende Schuldgefühl ließ sie nur noch mehr trinken. Der Geschichte zufolge hatte Joanne Woodward genug von Paul Newman, der betrunken nach Hause kam und beschloss, ihm ein Ultimatum zu stellen. Offenbar entschied Paul zu dieser Zeit, seine Affäre mit Nancy Bacon zu beenden und unternahm auch einen ernsthaften Versuch, seine Gewohnheit des übermäßigen Trinkens zu überwinden. Wenn Paul Newman während bestimmter Zeiten seiner Ehe untreu gegenüber Joanne war, scheint er sich später im Leben bemüht zu haben, ein besserer Ehemann zu sein und damit ihre lange Ehe aufrechtzuerhalten. Und obwohl der verstorbene Paul Newman bis zu seinem Tod 2008 beharrlich behauptete, dass er seinen beiden Ehefrauen niemals untreu war, wird Joanne Woodward seine zweite Frau immer noch mit Gerüchten über eine angebliche Affäre zwischen ihrem verstorbenen Ehemann und der Schauspielerin Nancy Bacon konfrontiert. Jetzt möchten wir wieder von Ihnen hören. Wussten Sie, dass die verstorbene Schauspielerin Shelley Winters behauptete, gleichzeitig sexuelle Beziehungen mit den Hollywood-Stars Paul Newman und Marlon Brando gehabt zu haben und dass Paul fünf Jahrzehnte lang mit seiner zweiten Frau verheiratet war? Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020